Musik 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 Ich traue wahrscheinlich, was ich mache, ich bin gerade um 32 Uhr unterwegs Ich bin auf dem Weg zum Frischmarkt und zwar fängt es mir vor die Frischaubezug an. Allerdings gibt es nur 120 Plätze und ich muss einer von 120 sein in einer 38 Minuten Einfahrstattung. Es ist jetzt 4 Uhr morgens, 4 Uhr 3. Ich habe versucht zum Frischmarkt zu gehen. Allerdings waren alle Plätze belegt, das heißt ich bin umsonst um 2 Uhr morgens aufgestanden. Nein, um 31 Uhr aufgestanden. Nichtsdestotrotz bin ich kurz munter und happy und mache ein bisschen Zeitsäge hier um 4 Uhr morgens. 4 Uhr 45 Uhr in der Früh und es ist super klar. Ja. 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 . Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020